Hey ihr Fortnite-Fans da draußen, ich bin Royce Downer und hab jetzt Prospect bei... M.R.O.L.X.TV Und ich werde den Band ab jetzt mit den YouTube-Videos unterstützen. Und genau deswegen werdet ihr mich jetzt in Zukunft häufiger sehen und auch hören. Und als erstes Video gibt es jetzt erstmal ein Best-of-Video von mir für euch. Ich bin auf eure Kommentare gespannt und ich halte jetzt auch die Klappe. Shut the fuck up! Eine Sache wär da noch. Viel Spaß. Holy shit. Open this fucking thing. This is such a shitty thing. What? Hello darkness my old friend. Nice. 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 Yo, if I hit this revolver a million dollars. Yo, if I hit this revolver a million dollars. I don't give a fuck out these holes and focus on the money. Oh! No way! Das war's für heute. Oh! Das ist nicht fair. Du hast weder die Technik noch die ruhigen Hände um so ein Manöver durchzuziehen. Also, ha! Peace! Es ist magichal. All right. All right. Es ist magichal, Ben. Das ist wie du warmest. All right. Okay. All right. I'm watching, I'm watching. It was at this moment that he knew he fucked up. I'm watching. It's good. It's good. It's good. It's good. It's good. I have one. I need to. What the? You're not even looking at me. He wasn't even looking at me. What the fuck was that? What the? That one needs to run. I have a big point shield. I have minis. Oh! A pop tower. Gone. Nice. He's still up though. Oh! What a shot. Are you kidding me? Over the hill! Ow! Nope. Three. Two. One. Two. 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 One. Oh my God! Let's fucking go! Look how like the fish man. Anyway, man. Trust me. It was the greatest ending of all time. It was the greatest ending of all time.